Hallo und herzlich Willkommen liebe Freunde zu einer weiteren Runde Hitman App Solution und zwar das letzte Mal sind wir hier stehen blieben im Bezirksgefängnis wo wir doch hier erwischt wurden und wo ich dann halt der Part beendet hatte heute packen wir es natürlich ganz still und leise so wie es sich gehört Leute wir dürfen nicht vergessen wir sind Agent 47 ganz auf der Kau alle weiter beschweren aber echt jede halbe Stunde die Trax gern Dexter in der Flüge wir sind die Hände gemacht Oh Leute Mist ich wurde wieder erwischt tut mir leid Leute ich muss ganz kurz noch mal wieder von vorne starten weil ich nein ich will es einfach schaffen Leute weil es ist ich will es nicht mit einer Schießerei hier klar weil das ist nicht gut das ist einfach nicht das Spiel ist dafür dass du schlau spielst strategisch spielst und ich schüttel ich war das wirst du was ich meine hat man sieht er hat was ich hab ne Idee oder oder ich war ja doch da ist Leute nice ich kann hier wirklich durch das ist jetzt echt nice ja das habe ich gerade in dem Spiel ich habe gerade diesen Schacht gesehen gehabt als ich da drinnen und draußen war komm geh raus warte ich beobacht erstmal sein Verhalten was er macht ob er raus geht ob er drin bleibt ok jetzt ist es auch so wie ich raus konnte so ich brauche jetzt bisschen hier Bewegungsfreiraum ich versteck mir auf jeden Fall wir sind sehr viele Feind unterwegs das war für mich auch noch mal schön mit und so kostenlose Waffen ist was meine das muss man ausnutzen was ist denn der Problem so Leute ich hab sowas von versaut jetzt schon wieder Leute ich liest trotzdem noch mal der Hut durchschreiben das ist meine Scheißstahl zeigt ihnen was wir meinen oh nicht schießen ich bin der Scheißstahl oh shit Gott du bist schon nicht ausgebrochen wenn du was du bist schon nicht ausgebrochen wenn du was das ist schon wieder einige Leute hier Leute das ist schon einige Leute ohne Scheiß Leute ich dachte es wäre ein Feuerwehrmänner ich habe mir gerade schon gedacht ich komme ist ein Anzug und so Feuerwehrmann und so weiter und so fort aber nein das sind die Bösen muss ja sein oh shit ich muss wieder zweifeln oh Mist der kommt auch noch hier hin verzieh Dich doch einfach ja wohl der geht weg Kopfschrämme steht drin verstecken nein Mist Leute ich mach um die jetzt in ein Outfit ja ist klar es war sowas von klar es ist so Mann ey ich will es euch Leute ich geh vom Dach aus seh ich grad jetzt Spanner jetzt jeden mit dem Weg schnitt so ein ganzes ist da jemand ja natürlich wir eigentlich von der steht immer noch da was komm zieh Leine jetzt das das war so klar schon wieder der kommen wird das war so das war so das war so wir haben wir haben hier eine tote Person wir haben hier eine tote Person wir haben hier wir haben hier wir haben hier wir haben hier Der Sprecher kann schon nicht so abtunnen sein. Leute, ihr seht es, es läuft super bei mir, ich wüsste euch, nur am abkacken, ich bin ganz schön oft schon gestorben in diesem Kack-Game, ey, komm, verpiss dich, ey. Ey Leute, ich schwöre es euch, kein Kommentar, ich bin einfach nur leise. Ich bin schon lang, komm schon lang. Oh, was ein Sprung, ich kann nicht wirklich lang. So, sprich, tötet. Komm mit, komm mit, ab nach der Hinten, ne. Fallen lassen, umziehen. So sind wir auch viel leer am Ziel, kommt es mir so vor. Kann man auch speichern, ja, super. Hier kann ich nicht runterspringen. Mal schauen, wie es so aussieht. Leute, die stehen hier alle in die Richtung, wo ich auch hin muss. Ich muss sie in die andere Schuhe hängen. Ein bisschen scharf schützen würde. Ich denke, es ist ein Kopfschuss und ich hoffe, dass sie alle da zu dem gehen hat. Ist das ordentlich freundlich, oder was ist das? Guck mal Leute, den kann ich erstmal töten. Was zum... ...oh... ...und nicht nur lang, die Witteln. Wir haben hier ein Problem. Das ist ungefährlich. Hört ihr ihn, das ist ein Begriff. Zentrale, hier trefft sich an Karolist. Ganz in der Nähe. Verwerbung, wir haben hier ein Problem. Zentrale, hier laufen Terroristen rum, was ist denn das für ein Scheiß? Okay Leute, wir haben es noch gut geschafft. Ich habe auch keinen Zieg noch dafür. Bisschen Leben schadet niemals. Jumpen, jumpen. Das ist noch nicht so etwas. Das hört sich mit der Fredern an. Das ist schon mal. Ich bin der Flügel. Ich bin der Flügel. Ich bin der Flügel. Ich bin der Flügel. Und ich bin der Flügel. Sekunde ist noch garpekt. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017